Funktionstisch, ich würde mich auf jeden Fall freuen. So, hier ganz hinten machen wir einfach die Fackeln. Ruhig, ja doch, man sieht was. Ah, so. So, dann bin ich sehr gespannt auf die Monsterfalle, ob sie funktioniert. Gehen wir einfach mal schlafen. Weil über Nacht kommen ja gerne mit normalen Monster. So. 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 Bis jetzt sehe ich noch kein Monster, aber sie lassen sich auch manchmal Zeit. So. Scheer. Das lassen wir noch wachsen. Dann nehmen wir jetzt mal die Scheer und holen uns unsere Wolle. Oh, und Eier sind hier auch ganz schön viele. Haben wir? Ja, haben wir dabei. Okay. 1 Belohnung, meine lieben Freunde. Gibt es gleich noch eine Vermählung. Hier. Du mit den und der mit irgendwen hier. Ja, okay. Passt. Und Schiss. Ja, die Hünder werden immer mehr. Das gefällt mir. Ist ganz gut soweit. Die Schafe werden kalgesiert, äh, rasiert, wie auch immer. Ach, da ist noch eins. Da auch. So. So, damit haben wir 17 Wolle gemacht. Das ist doch gut für den Anfang. Gucken wir mal, ob da Monster sind. Guckt euch mal die ganzen Monster an. Und das Schöne ist, jetzt einfach zack, 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 zack. Oh. Die Spinne ist irgendwie reingekommen. Ach, von da oben. Von da oben. Von der Decke aus ist die Spinne hier reingekommen. Ich glaub, ich spinne. negotiating. Ich spiele die Folk veselain. Wie gehts mir insiefen. Wie gehts mir insiefen. Wie gehts mir. Wie gehts mir insiefen. Wie gehts mir insiefen. Wie gehts mir insiefen. Das war's für heute. so mal gucken einfach vororten das fleisch finde ich ist ein bisschen wenig so dann gucke ich jetzt mal immer nach ob überall wirklich alles runtergerieselt das feuer eigentlich nur diese eine ecke hier so ich warte auf neue monster also muss das born auf jeden fall schon mal das ist schon mal schön finde ich toll macht auf jeden fall laune so und hier können wir uns jetzt unsere ernte endlich mal holen hier von unserem weizen dann machen wir eine vermehlung wirklich zwei weizen ach du scheiße mehr nicht wir müssen uns auf jeden fall eine weizenfarm machen so so sorry mit der arbeit klappt es nicht so gut deswegen gibt es da nicht so viel von aber eine kuh mehr oder weniger wie auch immer so schauen wir mal so 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 das sprechstoff kam nicht und dann warum weil er hier anscheinend irgendwie muckt. Dann werden wir mal das ändern und machen einfach so. So, dann könnte es sein, dass er auch unten ankommt, so, der ganze Kram, so und so, achso, so, warte mal, habe ich jetzt, ja Freiraum ist eigentlich schon, okay, dann müsste das eigentlich passen, so, schauen wir mal, eins, ich muss das mal nachprüfen, okay, ich glaube der Sprengstoff hing da oben fest. Warte mal, war das nicht so, dass, äh, die Sachen durchschließen, wenn ich den hier mache? Das scheint mir nämlich fast schon sinnvoller eins, äh, alles andere. So, so, jetzt bin ich mal gespannt. Das sieht auf jeden Fall mehr nach, äh, Sachen aus, die in meiner Richtung gehen. Also, eins. Jo, das kommt unten an. Das hier scheint auch ein paar Komplexe zu haben. So. Zwei. Kommt auch an. So. Zwei. Kommt auch an. Kommt auch an. Jo. Jo, Freunde, denn würde ich sagen, wie es weiter geht, das erfahren wir in der nächsten Folge, wir gehen jetzt erstmal eine Runde pendeln und damit Tschüss.